so neue spieler ist glück und wir müssen wir gehen diese factory nix factory wir spielen fb solo bei soviel guten loot finde ich aber vielleicht habe ich auch die letzten paar mal nicht richtig geguckt schauen wir mal einer wirklich nur eine nur einer das ist ultra leise So, jetzt können wir uns mit dem beschäftigen. Das ist immer noch ultra laut. Das ist immer noch ultra laut. Das ist immer noch ultra laut. nett, oder? Kondition hätte ich gerne noch. Ja, jetzt ist laut. Ne, das ist ja ultra laut. Moment, irgendwas stimmt hier mit meinen Einstellungen. Ja doch, lassen wir mal so. Das wäre halt auch eine richtig schöne Surprise-Knappe. Das wäre halt auch eine richtig schöne Surprise-Knappe. Was ist denn, wo ist der Kasper? Ich sehe den nicht. Was sind wir noch gerne? Ja, nice. Okay. Passt. Ich weine. Hier unten irgendwo. Was macht denn der da drin? Was hat es gesessen? Was hat es gesessen? Habern jetzt endlich. Oh mein Gott. JS9. Alles klar. JS9, Leute. Ich sag's euch. Die Knappe. Ach, warte mal. Die wurde genervt, ne? Das ist was Falsches erzähl, aber ich glaube, die wurde genervt. Ich glaube, die wurde genervt. Kompensator. Kompensator. Ähm. Passt. Den haben wir auch. Da müssen wir nicht mehr zum Schließen kommen. Oh mein Mund jetzt. Die Knappe. Das sieht gut aus. Das ist gut, oder? Ich hätte jetzt gerne noch ein Schallye für die Dörpenor. Ein Schallye für die Dörpenor. Und... Wartet mal ganz kurz. Jetzt müssen die Granaten loswerden. Und Pinkelers. Okay. Alles klar. Wo war denn das Auto gerade gestanden? Irgendwo stand gerade ein Auto. Na, der ballert ganz schön. Was ist denn da? Hä? Und der will laufen. Ich mache die Fehler jedes Mal. Ich hasse es zu laufen mit dem Ding. Wurde die jetzt genervt oder nicht? Ich kann es echt nicht mehr sagen. Hier muss nur irgendwo ein Auto sein. Das wollen wir uns jetzt so oder so. Mir wurscht. Einen Schallye will ich noch für die Knifte. Ja. Ja. Hm. Passt. Was ich jetzt allerdings nicht habe, ist das Da versteht es aber Ne, das ist der Bus Fuck Ach komm Ne, das war nicht hier Mann, Mann, Mann Was hier drin Da ist es Mountainbike, da steht ein Mountainbike Und keiner weiß, wenn das gehört Passt On the road again Aber das Gute ist am Mountainbike Es ist halt nicht anfällig für EMP Da steht er Läuft da, ne Direkt vor mir Können wir schön wegschnetzeln Der hört mich nicht kommen Der leise tot Der war mega chillen am Start, aber dann ist er irgendwie mega gestorben Oder noch was Jetzt bin ich derjenige, der hier in der Botanik rumsteht Ja, rein damit 32 Ich finde es gut Ich finde es gut, während dem Fahrrad fährt, dass man sich verbinden kann Jeder kennt das Das mache ich ständig Jeder, der schon mal downhill mountainbike gefahren ist Weiß das ist ultra praktisch, wenn man sich während dem Fahrradfahren verbinden kann So, jetzt fahr mal hin So richtig gut verbunden fühle ich mir jetzt nochmal Da waren welche gerade Hier waren welche Da wurde gerade geballert Ah, okay, ist dann auf der anderen Seite Drum ging es Okay Da müssen wir jetzt gar nicht mehr tief werden eigentlich, ne Ein bisschen abstauben Aber wir müssen jetzt hier keine großen Heldentaten vollbringen Das sehe ich keine Das ist gut Weil dann können wir jetzt mal kurz auf die Karte gucken Und uns überlegen, wo wir hingehen Ich will ein High Ground Eigentlich ist es hier gut, glaube ich Ja Eigentlich ist es hier gut Lass uns mal ne Runde chillen Was ist denn da? Was ist hinter der Kuppe da? Ist das einer? Ne, ne Habe ich mich jetzt selbst angefahren, ne Wurde die JS9 jetzt genervt oder nicht? Der ist hier vorne Und der hat ein Schally Der schießt nicht auf die Der muss hier sein, irgendwo Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Jetzt müssen wir Die Zone Let's push Slow High Ground ist besser Als alles Ich glaube ich habe einen K Hm Scheiße Da will ich nicht rein Da will ich nicht rein Oh Ne, wirklich nicht Das ist nicht ne schön Da reinwursteln Da reinwursteln Ne Geben wir uns das Und löchen Tausende auf den Dächern Ich sag's euch jetzt schon Tausende nicht mehr Ach, 17 maximal Aber Ich ruhig da außen rum Ich will da nicht rein Hier ist schön Hier gefällt's mir Hier lurchen wir kurz 17 noch Die JS9 wurde genervt Neues Update rausgekommen JS9 hat jetzt glaube ich Mehr Rückstoß Aber ganz ehrlich Der hat immer noch nur Lächerlich wenig Rückstoß Also selbst Selbst wenn sie genervt wurde Ich muss mir erst mal Die Patch Notes Noch mal im Detail anschauen Vielleicht haben sie es auch In die Patch Notes Gar nicht im Detail reingeschrieben Das kann auch sein Alle kommen jetzt hier Von hinten Die Börschung runter gehüpft Ziemlich viele von diesen Energy Drinks Brauch ich jetzt noch nicht So Haushalt So hinter uns geht die Party Oh shit Wir müssen durch Shit Not cool Wir müssen jetzt da durch Oh da dran vorbei Sagen wir es mal so Sneaky 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 Sneaky, Sneaky, Sneaky Was ist das? Da ist einer Was ist das für ein Gerümpel, was da liegt? Hab ich den getroffen? Ich glaube schon, ne? Ah, ist so untraubend weg Was gehen wir hier jetzt nach? Halli, Sniper Das ist gut Was ist das für ein Gerümpel? Was ist das für ein Gerümpel? da oben leuchtet bestimmt noch mehr als ich bin das gefällt mir eigentlich jetzt noch ein bisschen sneaky nach vorne und dann hast noch fünf mit top 5 bin schon bekommen das war hier irgendwo hinter der gruppe noch einige anscheinend hier hinter mir auch noch wahrscheinlich ok ich habe nur tierisches glück gehabt den bro hier aber doch die hat jetzt glaube ich echt einen größeren rückstoß die js9 noch zwei naja ich glaube nicht dass filo 065 das ding macht das glaube ich nicht dazu hat andere zu gut geschossen laut killfeed der hat glaubt drei kills hat es noch gemacht in den letzten zwei minuten der ist außerdem hinter dir mann der ist nicht vor dir also zumindest ist er nicht in die richtung er ist genau da irgendwo unten an der klippe war der da irgendwo unten aber ist wahrscheinlich mittlerweile hoch weil low ground halt immer nicht so optimal ist jetzt kriegst du gleich ein heady so kristallkugel hol ich raus ich sag der kriegt jetzt gleich ein headshot von irgendeinem sniper ne der ist rechts unten an der kante glaube ich hier irgendwo auf der anderen seite unten ja genau hier genau da unten irgendwo jetzt bist du dran ein headshot in drei zwei davon ist er nicht sehen oh ich habe meinen eye tracker nicht an eyetracker nicht an mensch anfängerfehler da vorne ist er rechts jetzt hat er glaube ich sowieso gesehen da ist er links oben jetzt hat er gesehen weil der smoke obwohl es kann auch sein ne es war eine finter ne oh gott der ist oh gott oh gott oh gott wie er die ganze zeit an ihm vorbeischaut er ist rechts unten da junge junge da unten läuft er ok rechts unten müsste das sein ja genau da unten er sieht ihn nicht wieso sieht er ihn nicht direkt vor ihm direkt vor ihm er läuft jetzt quasi genau auf ihn zu er strafet auf ihn zu er ist links 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 hinter dir da ist nur gras naja jetzt ist er gleich tot er ist links von dir da unten genau jetzt ist gleich in der gelände er hatte sowas von die bessere ausgangsposition also und er hatte auch irgendwie drei minuten zeit den typen zu spotten ich habe ihn ja auch gesehen naja egal ich kann mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und wenn es euch gefallen hat like und subscribe da lassen passt auf euch auf machts gut ciao ciao bis zum nächsten mal